Leute, das was jetzt folgt ist nichts für schwache Nerven. Eigentlich wollten wir euch zeigen, wie nimmt man den schweren Kessel von der Palette runter. Ja und dabei ist es passiert. Schaut euch die Szene an und achtet auf meinen Kollegen mit dem roten Oberteil in der grauen Hose in dem Moment, als er das Bein nach vorne streckt. Schaut auf den Fuß. Musik Natürlich ist eben nichts passiert und alle die aufgepasst haben, die haben nicht den Gorilla im Hintergrund gesehen. Sagt mir mal im Kommentar, ob es beim ersten oder beim zweiten Mal aufgefallen ist. Leute, schönen ersten April. Macht's gut.